Detektiv Conan erfreut sich großer Beliebtheit, aber man muss ganz klar sagen, dass die Beliebtheit bei Frauen größer ist als bei Männern, denn über 70% der Zuschauerschaft von Detektiv Conan ist weiblich. Warum das so ist, darüber sprechen wir wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Warum das so ist, darüber sprechen wir nicht. Hier müssen wir uns erstmal einige Aspekte anschauen und vergleichen. Zum Beispiel können wir hier schon mal ganz klar feststellen, wo sind denn die primären Unterschiede von Detektiv Conan? Wir nehmen andere ähnliche erfolgreiche, wenn nicht sogar erfolgreichere Werke, wie zum Beispiel One Piece, Dragon Ball Z und Naruto. Da fällt uns direkt schon mal auf, dass One Piece, Naruto und Dragon Ball eine Gemeinsamkeit haben. Nämlich sind das Shonen-Manga-Werke. Das heißt, hier ist in erster Linie die Zielgruppe ein jugendliches, männliches Publikum. Hier ist also die Zuschauerschaft und Hörerschaft, je nachdem welches Mittel man konsumiert, männlich in erster Linie und nicht weiblich. Warum? Weshalb? Wieso? Wir haben hier in erster Linie extrem viel Action, kämpfen Superhelden, die immer stärker werden, aber natürlich auch in dem einen oder anderen Bereich natürlich einen deutlich größeren Fanservice als zum Beispiel in Detektiv Conan. Das sind erstmal so die primären Sachen, die man nicht leugnen kann. Aber gehen wir weg von im Vergleich zu anderen ähnlichen erfolgreichen Werken hin zu Detektiv Conan selbst. Mitte 2020 gab es eine riesengroße Umfrage in Japan und zwar nach den beliebtesten Detektiv Conan Charakteren. Link dazu und in der Beschreibung habe ich auch ein Video zu gemacht. Dort ist eine Sache aufgefallen und zwar, dass nur zwei weibliche Protagonisten in diese Liste geschafft haben, während der Rest männlich ist. Und hier sehen wir auch, dass die meisten dieser männlichen Kollegen einen gewissen Stereotyp erfüllen. Nebenbei fangen wir an. Shuichi, Amuro, Heiji, Shinichi, Kaito Kid. Was soll ich dazu sagen? Das sind alles Leute, die in erster Linie eine anziehende Wirkung haben. Ja, fangen wir erstmal an bei Heiji und Shinichi. Heiji und Shinichi, was ist das? Die haben eine Sandkastenbeziehung. Ja, dieses, man wächst auf mit einer Person, die man mag. Ja, es fängt mit einer Freundschaft an und im besten Falle 10, 20 Jahre später kommt man zusammen, heiratet, kriegt Kinder und stirbt am Ende des Lebens. Das ist quasi, ich sag mal, eine Auffassung der Liebe, die in sehr, sehr vielen Märchen, in Erzählungen, in Geschichten, in Fabeln aufkommt, ja, die quasi viele rein positiv ist. Also, viele Leute haben diesen Wunsch nach einer Beziehung, die quasi das gesamte Leben hält. Ja, es ist romantisch, es ist schön und das ist eigentlich die Vorstellung, vorzugsweise natürlich von weiblichen Protagonisten. Generell, dieses gesamte Romance-Storytelling, sage ich jetzt mal. Ja, gerade bei Heiji und Shinichi ist er extrem krass. Und da kann man auf jeden Fall sich nicht wundern, warum diese Personen so beliebt sind bei Frauen. Nehmen wir jetzt aber andere Protagonisten, wie zum Beispiel Shuichi, Akai und Bourbon. Bourbon, zum Beispiel, aka Amuro, ist nicht nur in Detektiv Conan ein Womanizer, nein, sondern auch im echten Leben, beziehungsweise bei der echten Zuhörerschaft, beziehungsweise Schauerschaft. Denn, man muss ganz klar sagen, der Erfolg von Amuro, dieses Phänomen, dieser Personenkult um seine Persona, ist so krass, dass wir extra neue Werke bekommen haben. Serious Tea Time, ja, Wild Police Story. Er hat einen eigenen Kinofilm bekommen, jetzt hat er schon wieder eine Hauptrolle in dem 25. Kinofilm. Und das alles kommt nicht von ungefähr. Und man muss natürlich sagen, er ist einfach ein Sunnyboy, ja, blonde Haare, blaue Augen. Er ist einfach ein Badass-Charakter, er ist komplex, er ist einfach ein Draufgänger. Da können wir auch gerne auch nochmal wissenschaftliche Studien hinzuziehen und sagen, dass diese gewissen Bad Guys immer in erster Linie, gerade für kürzere Affären, eine dominantere und größere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bei Frauen haben, als halt nicht diese Leute, ich sag mal diese schüchternen, nicht Bad Boys. Ja, genau das gleiche wie bei Choichi Aka, Digga, der Typ ist overdressed, er ist einfach der OG schlechthin, er ist einfach ein krasser Charakter, ja. Und ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum man den mag. Ich bin ein Typ und ich mag den, weil er einfach cool ist, er ist cool, ja. Und Kaito Kid, er ist ein Zauberer, ja, er kann zaubern, er ist magisch, er hat dieses Geheimnisvolle. Und das sind ganz viele Sachen, die damit harmonieren und rumspielen, die quasi unbewusst jemanden beeinflussen und vielleicht dazu verleiten, dass man diese Person anders wahrnimmt, als man sie eigentlich wahrnehmen möchte. Beziehungsweise ist das halt alles schon, ich sag mal, sehr, sehr klar auf der Hand. Also keine Person kann leugnen, dass diese Protagonisten, ich sag mal ausschlaggebend dafür sind, ja, dass natürlich die Zuschauerschaft, ich sag mal so, auf ihre Kosten kommt. Zumal wir hier auch wirklich, wie gesagt, relativ wenig Action haben, ja, wir haben hier wenig Fanservice, wir wissen auch, da könnt ihr euch mal gerne ein paar Umfragen und sowas anschauen, egal ob jetzt in Deutschland oder international oder nur in Japan, dass der Zuschaueranteil von männlichen Kollegen, ja, bei einem Edgy Anime deutlich höher ist, als dass es bei Frauen ist. Das sind alles so ganz niedere und natürlich auch offensichtliche Motive, ganz klar. Jetzt aber nochmal ein ganz kurzes Wort zur Storyline, denn Charaktere alleine können ja nicht nur dafür sorgen, wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, dass Detective Conan, ich sag mal, von der Spannung lebt, von einem Plot. Es ist lange aufgebaut, ja, wir haben einen Langzeitanime, wo stepweise nicht viel passiert, dann aber wieder radikal nach oben geht, ja, wir haben also sehr starke Kurvenverläufe, sag ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zur Story kommen, ja, also es passiert lange Zeit nichts, dann passiert wieder etwas, aber einer der Haupthandlungsstränge in ganz Detective Conan ist ja natürlich die Love Story. Also es ist eigentlich schon klar, ja, bei einer Love Story, dass prinzipiell sich mehr Frauen hingezogen fühlen als Männer. Und ich sag mal so, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist doch ein Klischee oder das ist ein sehr, sehr konservativer Ansatz. Aber nein, Leute, sobald Studien etwas belegen, ja, dann ist es erstmal etwas, was man hinnehmen und akzeptieren muss. Nur aus diesem Standpunkt heraus und natürlich ist vieles auch einfach nur meine eigene Meinung und ich probiere, so weit wie es geht, in die andere Sicht einzutauchen, ja. Und probiere für mich selbst zu erklären, okay, warum könnte das so sein? Wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle kann man natürlich ein paar wissenschaftliche Studien einfließen lassen, die einfach so sind, die man auch einfach akzeptieren muss und nicht leugnen darf und kann, ja. Und ich finde das aber auch überhaupt gar nicht schlimm, dass sich Detective Conan, ich sag mal, an weibliche Zuschauer richtet und ich sag mal nicht so viel männlicher hat. Denn im Endeffekt soll jeder das gucken, konsumieren, was er gut findet. Was ich wiederum lustig finde, ist, dass dadurch einem wirklich gezeigt wird, dass gewisse Klischees, die einfach immer noch existent sind, nicht existent sind, weil sie ein Klischee sind, sondern weil viele Klischees sich immer noch, ich sag mal, durchsetzen, ja. Und das ist einfach klar. Und das hat natürlich auch im Endeffekt auch etwas mit dem generellen Erfolg eines Anime zu tun, ja. Zum Beispiel, wenn man ganz weit ausufern möchte, kann man auch gerne sagen, okay, es gibt mehr Männer als Frauen auf der Welt, ja. Deshalb wird ein Anime, ein Manga, der eine männliche Zuschauerschaft hat, potenziell mehr Männer erreichen, als er Frauen erreichen kann, überhaupt. Wisst ihr, was ich meine? Aber so weit wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Da könnt ihr auch mal gerne eure Meinung in den Kommentarbereich niederschreiben. Und wenn ihr weiblich seid, würde mich das auch nochmal extrem interessieren, was ist denn für euch der Grund, warum ihr Detective Conan so toll findet. Vielleicht so ein, zwei, drei kurze Sätze oder ein paar Stichpunkte. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.